Ja, auch für YouTube. Ihr kennt das Spiel. Wir waren immer noch in dieser Pyramide. Mhm. Das ist ja schön. Okay. Wir sind tatsächlich immer noch in dieser komischen Pyramide. Ah! Wo kam er denn her? Hey, wo kommt er denn jetzt noch? Wieso ist er noch da? Komm, Hundi. Hau nur um. Hä, hier sind jetzt auch noch welche. Ah, iiih! Iiih, die sind ja auch wieder da. Nee. Voll daneben. Nee. Ja. Aua. Du hast genug Nektar. Nee, finde ich nicht. Finde ich einfach nicht. Man kann nie genug Nektar haben. Es stimmt, wir kamen hier irgendwie nicht weiter, ne? Wir haben die Axt bekommen. Konnten dementsprechend durch irgendwelche Wände hier durch. Aber die Wand, die uns weiterbringt, die haben wir noch nicht gefunden. Hier links ging es auch nicht lang. Jawohl. Ihn haben wir getroffen. Hier war ja nur der Typ zum Speichern. Moment, das ist, glaube ich, echt tricky, oder? Warte mal. Aua. Oh, sind die ekelhaft, diese komischen Flugviecher, Mann. Boah, ich hasse die. Schlechtestes Gegner-Design überhaupt. So, das Ding hat er sich nämlich zurückgezogen hier, ne? Da war nämlich was. Oh. Uiuiui. Stimmt, wir konnten diesen Speer nur auf zwei aufladen. Das Ding ist nämlich hier runtergegangen. Und jetzt müssen wir irgendwie auf die andere Seite kommen. Oder wir dürfen da nicht lang. Bitte nicht. Bitte nicht. Boah, bist du eklig. Oh, Mann. Na dann, gehen wir uns doch mal. Ah, nee, nicht schon wieder. Hä? Wo kommen die denn schon wieder her? Warum sind hier schon wieder Gegner? Sag mal. Warum sind hier denn schon wieder Gegner? Mhm. Du hast genug Nektar. Nee, finde ich immer noch nicht. So. Äh. Nee, ich, ich will nicht mehr. Nee, da gehe ich jetzt nicht rein, weil ich habe das Gefühl, dass da alles respawnt, wenn ich da reingehe. Warte mal. Hier kommen wir irgendwie lang. Okay. Wie kommen wir denn jetzt auf die andere Seite? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Da kommen wir auch nicht mehr lang, weil Hundi bei uns ist. Wir können Hundi aber auch nicht... Jetzt sag mir nicht, ich muss den nochmal dahin zurückschicken. Oh, ich werde wahnsinnig in dieser Pyramide. Ich nehme mal an, falscher Chat. Also, das hier ist nach unten gegangen. Wir können in der Theorie oder praktisch, nicht nur in der Theorie, können wir nur hier lang. Sonst ist hier doch nichts, oder? Ja. Sonst ist hier doch nichts. Nein, jetzt bin ich noch da oben. Die kommen da echt nicht rüber. Ach, jetzt weiß ich, was du mit... Ja. Ich meine aber die andere Seite hier des künstlich angelegten Sees, Flusses, keine Ahnung, Kanalisation in der Pyramide. Was schnupperst du da schon wieder rum? Hast du da jetzt... Ich will es gar nicht wissen. Was soll denn hier sein, Hundi? Nichts. Ah. Nee. Finde ich nicht nett. Du hast genug Nektar. Ja, moin, Hobbs. Level 22. Sehr schön. Aber... Wo müssen wir lang? Ey, die Pyramide ist ja noch mehr Labyrinth als alles andere in diesem Spiel hier bisher. Wirklich. Schlimm. Einfach nur schlimm. Ich spiele Secret of Evermore. Ein Spiel von 96. Auf dem Super Retro Trio. Das Ganze über die Capture Card an den PC geleitet. Deswegen ist das in 720p. Zack. Aber wo muss ich lang? Kann doch nicht sein, dass wir nur die Axt raus brauchten. Jetzt bin ich rausgegangen, oder? Ah, vergiftet. So. An für sich ist hier... Aber nichts. Oder? Finden wir hier noch irgendwas? Hier kommt Hundi wieder nicht lang, ne? Ah! Nee, hier kommt Hundi nicht lang. 13 mal Kraft taucht nur noch. Ach du Kacke. Bis dato... ...habe ich auch noch nichts gefunden, was irgendwie meine Rüstung erhöht in dieser Zeit hier, ne? Habe ich gerade Nektar benutzt? Ah, Spinne. Mhm. Na, lauf doch nicht weg. Du ekelhaftes Vieh. Ach. Oh, komm. Jetzt komm her. Ja! Hier ist nichts. Äh. Oh, okay. Ich dachte, ich komme da nicht mehr durch. Kalkstein gefunden. Schön. Da ist Hundi. Okay. Ah, diese Spinnen. Ja, hier ist ja sonst nichts, oder? Und da war sonst aber auch nix. Vielleicht müssen wir echt in diese andere Etage nochmal. Aber hier kommen wir nicht da lang. Warte mal. Da unten war ja auch nix. Sprich, das muss eigentlich entweder hier sein... Ah, ihr seid so lästig, ihr blöden Skelettschädelgeier. Was auch immer ihr seid. In der Theorie, also da hoch. Oh, geht weg. Geht einfach. Geht, bitte. Na, lass mich hier durch. Wunderbar. So, jetzt sind wir hier oben. Da sind Druckplatten. Da sind Druckplatten. Da sind Druckplatten. Konfusion. Ach, du Kacke. Ähm. Ähm. Boah, ist das lästig. Boah, ist das lästig. Ich werde hier sterben, Leute. Ich habe keine Zauber, um ihn zu killen. Ich habe keine Zauber, um ihn zu killen. Ach, Gott. Oh, ist... Der ist ja... Also, der Boss ist ja richtig widerlich. Bleib doch mal stehen. Hallo? Hundi ist ja schon wieder Ripp. Sag mal. Warum gibt es diesen Boss überhaupt? Blätter. Nektar. Mhm. Hundi. Ah. Ah. Alter. Hundi stirbt ja schon wieder fast. Aua. Äh, wie heftig ist er denn? Ja, Hundi, jetzt hau doch mal das Ding da oben. Sag mal. Boah, was ist das denn für ein ekliger Boss? Also, die Pyramide wird nicht besser, ne? Jetzt sagt man nicht, Hundi ist schon wieder tot. Hä? Darf ich jetzt mal bitte Hundi auch healen? Jetzt ist er tot, oder? Ich spiele als Hund. Ja, moin, Peter. Mir den kannst du wenigstens steuern. Mit dem Hund kann ich gar nicht angreifen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was er für ein Verhalten hat hier. Das bringt doch nichts, ob ich jetzt als Hund oder nicht als Hund spiele. Ich habe eh keine Zauber. Ich kann den Boss hier wahrscheinlich nicht mehr machen. Er greift doch noch weniger an. Und der Hund stirbt doch trotzdem. Warum soll ich denn als Hund spielen? Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Der Hund ist eigentlich der Hauptcharakter. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Na? Boah, ist das ein ekliger Boss. Alter, er macht auch nichts, oder? War ein Spaß. Oh, was ist denn los hier? Oh, nee. Och, der ist schon wieder tot. Man kann nie genug Hundeknochen haben, ne? Hundeknochen? Ja, die haben wir jetzt auch, weil Hund die ganze Zeit stirbt. Hundekuchen, meine ich. Honig. Was macht denn Honig? Ach, du kann... Ich kann wieder Hundi nicht heilen. Jetzt. Wunderbar. Ach, komm, ey. Hundi, du kannst doch mal ein bisschen ausweichen hier, oder? Ist doch nicht dein... Ja! Hoi, 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 ey. Ey, ekligster Boss im Spiel bis jetzt. Die war Hund wie Mutterkuchen. Boah, war der ekelhaft. Und nun? Wir haben nichts bekommen, oder? Haben wir dieses Juwel bekommen, was wir abgeben müssen? Ja.